Die Girlanda zupft mit ihrer dicken Lippe, seelenruhig, zarte Blättchen ganz oben von der Baumkrone. Siehst du, Rösslihue? Die Girlanda ist auch am Fressen. Du sagst nichts. Ja, siehst du, Blätter frisst sie und Gras frisst sie, aber keine uhlschuldige Tiere und brave Buben. Das ist doch nicht ganz gleich, oder? Blätter, Gras, wech! Das habe ich nicht gerne. Vor allem, wenn alles so trocken und dürr ist. Hey, Girlanda! 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 Ich bin's, der Owambi! Owambi? Ich kenne keinen Owambi. Da bin ich, Girlanda. Das ist Rösslihue und das ist Tschischtan. Ein Bub, ein Holzrössli und eine Schlange. Ihr seid aber eine gespässige Gesellschaft. Du musst uns helfen, Girlanda. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja, Girlanda. Die Elfenbeinjäger sind unterwegs. Wir müssen die Elefanten warnen. Aber wir wissen nicht genau, wo sie sind. Girlanda, du bist so gross. Nimm den Owambi auf deinen Kopf und lupf in die Höhe. Was? Ich soll in die Luft? Das ist doch keine Sache, Owambi. Girlanda hat zwei Hörner auf dem Kopf. Den kannst du dich dran halten. Und was soll ich dort oben? Ganz einfach. Dort oben schaust du nach links, dann schaust du nach rechts, schaust hinter und nach vorne und irgendwo sollst du dann die Elefanten sehen. Komm, Girlanda. Senk deinen Kopf. Lupf mich in die Höhe. Aber nicht schnell. Weisst du, vielleicht bin ich nicht schwindelfrei. Keine Angst, Owambi. Komm, steig auf meinen Kopf. Oh, ganz so leicht, wie du es siehst, bist du aber auch nicht. Achtung, es geht aufwärts. Juhui. Das geht aber rassig. Ist das schön hier oben. Das ist ja wie auf einem Berg. Ich sehe über das ganze Land. Hey, Girlanda. Schau dort. Dort im Angerbaum. Dort bewegt sich etwas. Das ist der Pongo mit seinen Freunden. Der Pongo? Wer ist denn der Pongo? Owambi, was siehst? Komm, erzähl, was siehst? Der Owambi hat das Rudelaffen gesehen. Und der Pongo ist ihr Anführer. Oh, Girlanda. Schau auf die andere Seite des Flusses. Das sind doch Menschen. Das sind die Elfenbeinjäger. Was? Die Elfenbeinjäger? Die Elfenbeinjäger? Wir müssen sie aufhalten. Wir brauchen die Verstärkung. Kommt. Wir rennen zum Pongo und seinen Kollegen. Jetzt sind es schon die vierten, die sich gegen die Elfenbeinjäger verbündet haben. Sie rennen zum Mangobaum. Schon von weitem gehört das laute Geschrei von den Affen. Auf Wiedersehen. Sie rennen zum Wasser. Nein! Wie? Freddy? So跳ese? Oh gut, ich erwarte das reinschirm? Untertitelung des ZDF, 2020